Meine Aufnahme, warte ich mache eine Seitwärtsaufnahmestelle. Da gehen wir jetzt rein. Ja, jetzt weiß ich schon gleich. Ah ok. Alles klar, lass mal loslegen. Das Ding ist der Hammer. Das ist das ganze Gelände hier. Echt? Ja, ja. Aber die waren hier schon mal. Warte mal, wo wollen wir zuerst reingehen? Wie heißt das hier? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, wir gehen erstmal hier rein. Der Ort, der eigentlich erst richtig interessant wird. Krass, ne? Ich sag ja, hier waren auf jeden Fall schon, wer ich hier gewesen wäre. Damals sah es auf jeden Fall nicht so aus. Hey, was kommt denn hier an? Ich bin in eine Kelle. So. Jetzt kommen wir in die Kirche. Da siehste. Hammer, ne? Ich mach mal auch mal Taschlampe. Was geht das in die Taschlampe? Sonst musst du hier oben. Da, da hast du doch. Oh, Taschlampe? Naja. Ne, macht er gar nicht. Ja, egal. Ich habe meine Lampe. Okay. Das heißt also, du bist gezwungen in die Richtung zu schauen, von wegen wo ich dann bin, Alter Städel. So, jetzt kann ich auch endlich, jetzt kann ich auch endlich die Hintergrundgeschichte erzählen. Von wegen, was eigentlich mit, was mit dieser Kirche hier auf sich hat. Okay. So, das Ding in der... Ja, siehst du, hier ist nichts mehr. Oh, hier hatten wir auch reingehen können. So, das Ding war nämlich von wegen, dass diese Kirche damals aufgebaut worden ist. Ja. Und da ist dann ein Blitz eingeschlagen. So, dann ist die Kirche verbrannt. Und auf jeden Fall haben sie die Kirche komplett wieder neu aufgebaut gehabt. So, und danach hat die Kirche Feuer gefahren. Das heißt also, das Ding kam nie dazu, dass es eigentlich mal richtig stand. Also so ist das, was ich bisher gehört habe. Warte mal. Kann man hier noch hoch? Oh Gott. Vorsicht, Kante. Hier oben war ich nicht. Ah, guck mal. Hier waren auch schon welche, die dachten, von wegen Pentagram dann eben. Was steht da? Ja, warte. Schatz. Schatz. Das ist ja ziemlich falsch. Ja, das Thema richtig. Echt? Warum? Das war doch richtig gewesen. Warte mal. Da muss der, da muss der mir mal sagen, von wegen wie das eigentlich noch war. Also das war das, was ich bisher gehört hatte. Oder woran ich mich noch erinnern kann. Oder woran ich mich noch erinnern kann. Was? Hey Leute, nicht da oben. Zu spät. Okay. So. Und jetzt kommt auch da. Hä? Ne, ich glaube hier tun gar nichts mehr. Ey, hier. Strom haben wir. Kannst dein Handy aufladen. So, warte mal. Ja, jetzt kommt der, jetzt kommt der Bereich. Ja, das meinte ich. Guck dir das an. Hammer, ne? Okay. So, und das wollte ich schon immer machen. Alter, das krieg ich schon mit. Alles klar. Siehst du? Echt nicht? Warte, warte. Oh mein Gott, so viele. Ach nee, hier ist ja gar nicht so viel. Ich dachte, hier wäre richtig der. Nein. Nein, hier ist Öl. Ist da noch was drin? Hä? Ey, da ist hier noch was drin. Alter, geil. Wir haben die Öl-Karte gefunden. Uah. Ne, hier ist aber alleine auch nicht mehr. Ich hatte eigentlich... Warte mal was, ne? Ach nee. Oh, nee. Ich glaube, da müsste man echt mal in das andere Gebäude. Oh mein Gott, eine Schnecke. Oh, da vorne in die Ecke. Nein. Warte mal, wollen wir doch mal auf Schwarzlicht schalten? Das sieht doch gleich viel geiler aus. Hey, Lull. Ah ja. Oh, oh, was, was? Warte, warte. Warte, warte, ich leuchte rüber. So. Ja, der Vorteil an dem Licht ist, das sieht man nicht so dolle, ne? Ne, irgendwas besser. Aber cool, da siehst du auch den ganzen Scheiß. Hier, schwemmer Flecken. Hier, schwemmer Flecken. Kann man hier? Hä? Ich glaube, da war was. Was? Ah, nee. Statt. Okay. Okay, nehmen wir mal hier rein. Kann man normal Licht schalten. Normallicht? Okay. Ah, hier, hier ist auch der Boden kaputt. Genau. Hammer. Okay. Ja, das sieht sehr stabil aus. Warte. Alter, hier geht der Boden aber runter, was? Schwierig. Voll nach unten. Ich weiß noch nicht mal, wo die Träger hier sind. Ne. Oh, warte mal, was denn da? Guck mal, das geht noch ein ganzes Stück da runter, ne? Ja, klar. Da muss ja irgendwo der Kellerraum sein. Da. Da ist eine Treppe. Das ist ein Treppenbereich. Guck hier da unten. Es geht noch viel runter, ne? Ja. Wow. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwo... Gleich kommen die ersten Dinger von wegen... Geht am besten raus da oder so. Das Netz ist weg. Das Netz ist weg? Echt? Ah, ne. Komm wieder? Ja. Ah, gut. Warte. So. Ja, siehst du, da ging es nach oben, ne? Ja, ich merke gerade. Das ist nur fester Boden. Ah, hier. Ja. Wieder abwärts. Oh, ich hoffe, mein Handy fällt da nicht runter, oder? Dann habe ich die Arschkarte. Ja, ist denn zu gut. Da muss ich da runter. Boah. Ich muss ja irgendwo... Ja, das Auto ist ja auch überlegen, ne? Ja, ja. Ich hätte meine anderen Schuhe anziehen sollen mit dem Stahl da drunter. Ja. 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 Oh, hier kommt... Oh, warte mal. Warte kurz. Ich glaube bei dem Holz müssen wir jetzt aufpassen. Ah, da kommen wir von der anderen Seite durch. Ja, alter. Guck mal, wie hoch das noch geht. Ist das mal hier? Bitte? Ja. Guck mal da. Ich tue mal die Kamera in die Richtung halten. Zur Tür. Krass, ne? Ja, ja. Was ist denn? Das gar nicht. Nein, nein. Das ist komplett eingestürzt. Boah. Wie viele gucken wir hinzu? Nur drei Leute gerade. Drei Leute? Nur drei Leute. Ah, ist egal. Es bleibt online. Es bleibt online. Ja. Ja. Ich verstehe nicht, wenn man den Dienst nicht hören will. Ja, ich denke mal, das ist bestimmt von wegen Weide. Du gerade Übertragung dann hast. Weißt du? Ja. Zumindest kann ich mir das gut vorstellen. Wissen wir, das nächste Mal nehmen wir dann eine zweite Taschenlampe mit. Jetzt. Ja, hier kommen wir nicht mehr weiter. Jetzt müssen wir auf die Seite. Da muss es aber auch irgendwo runter gehen. Also ich weiß auf jeden Fall, so wie das hier aussieht. Warte mal. Ich bin jetzt mal so dreist. Ich gucke einfach mal. Ja, siehste. Aber hier sehe ich auch nichts. Das ist da. Warte mal. Oh, warte mal. Hier ist was. Warte, ich sehe den Knirr. Ah, oh. Warte, ich sehe den Knirr. Ja, hier. Hier können wir übrigens nach oben. Ja gut, wenn da überhaupt noch ein Boden ist. Aber da geht es nach unten. Da siehste. Ja. Auf jeden Fall ist es wenigstens noch sehr stabil hier. Da müsste man theoretisch da an den Bäumchen vorbei. Wir können ja mal das andere Gebäude angucken. Hat irgendwas passiert gerade hier? Ja, perfekt. Ich bin hier in der Recherche von Kasper. Ja. Hi. Ich würde sagen, dann gucken wir mal das nebenbeut an. Ja. Warte, ich sehe nichts. Ja, okay. Du denkst doch nicht. Warum machst du sowas? Ich versuche die Kamera so irgendwie zu halten, dass das immer noch gut aussieht. Ja, das ist richtig verbrannt. Echt? Sieht man das? Ja, tatsächlich. Siehst du, das ist das, was ich sagte, wo der eine Nutzer gerade sagte, das wäre falsch. Oh ja, den Nagel habe ich auch gemerkt. Ja, das wäre schon heftig, oder? Ja. Ja. Anarchie. Ja. 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 Warte mal. Ich wechsle mal wieder auf schwarz. Ne, das ist zu dunkel. Ja. Toll, jetzt fängt die Kamera ab. Ach ja, jetzt fängt das vor Stunden bis Mitternacht. Ja. Ja. Knotdeckel für Tradition drin. Scheiße. Ja. Der, der hier seinen letzten Haufen gelegt hat oder sowas, das war es dann aber auch. Das war scheiße, oder? Das war scheiße. Ja, die waren auf jeden Fall hier. Das sah hier nicht so aufgeräumt aus. Hier so eine kleine Kapelle oder sowas. Ja, guck mal. Oh, guck mal. Hier. Und am Saufen waren sie hier auch schon. Ja. Scheiße. Ich kann das Ding nicht. Halt. Führst von Mitternicht. Oh, oh. Flackern. Das ist nicht gut. Ach, krass. Hier ist sogar ein kleiner Fahrstuhl drin gewesen. Alter, der Flamage-Fahrstuhl ist geschnitten. Was ist hier? Oh mein Gott. Hast du es gesehen? Hier ist jemand. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Ich stelle mich einfach in die Ecke. Weißt du, was hier jetzt gerade noch fehlt? Dieses schöne Glasklimpern. Warte mal. Wir machen hier hinten. Oh Gott. Das hier war du, glaub ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Warte mal. Ich muss den Abfluss dann. Oh mein Gott, was ist der Abfluss? Da ist der Abfluss. Ich weiß nicht, ob mein Schrank ist noch da. Vielleicht hängt da noch einer drin. Und? Wollen wir mal hochgehen? Warte, ich bleibe hier unten stehen. Kannst du wenigstens auf die Stufen drauf. Ich habe dein Hintern im Visier. Ja, hier. Ich habe dein Hintern im Visier. Auf der Tür. Da. Hier. Auf der Seite. Der leuchtet aber. Boah. Alter Schwede. Warte mal. Ich glaube, ich kann das nicht. Kann ich das Licht nicht anmachen? Ah, nein. Zweite. Aua. So. Ah, ne. Ich kann es auch nicht. Hammer. Oh. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah, ja. Echt kranker Scheiß. Oh, wie flackert das. Alter, spürst du das? Spürst du den Boot? Ja, ja. Voll weich, ne? Ja. Oh, scheiße. Guck. Ja. Ja, siehst du? Das ist von den Bauern. Mann. Ja, Mann. Ich glaube, der will nicht sagen. Der Junge. Ja, siehst du. Und jetzt hier? Ja, gut. Was ist das denn? Ach, ne. Ist ein Ding zu das. Also leuchten wir hier rein. Das ist auch ein Klo. Und wir können auch gerne einen Kacken. Ja. Wir haben uns auch schon lange nicht mehr geputzt. Das ist alles zu flackert. Hä? Ach, das kommt doch gerade richtig gut rüber. Hier, warte mal. Hier, da sind Namen. Johnny. Warte. Ach, hier, komm. Dann verhebe ich mich mit auch. Die Latte. So. Die haben das da aufgeschrieben mit dem Stift, ja? Das sieht man kaum. Perfekt. Ginro. Weiß ich wie lange. Wie lange mache ich hier, ne? Hast du noch die Party eingetakt? Ja, sind wir noch wieder. Aber das Ding ist schon wegen... Warte, ich glaube die Taschen, da mag ich nicht. Ne. Okay, da will ich jetzt nicht draufgehen. Ne, da laufe ich auch nicht rüber. Ne. Wir haben daneben auch ein Gebäude. Oh Gott, das ist das dunkel. Warte mal, kann ich währenddessen die Kamera switchen? Ja. Probier das mal. Hier ist auch noch was. Ne, was hat er? Ach, der macht doch nichts los. Warte. Hammer, wie groß. Okay, kannst durchgehen, ich hab die Tür. Du bist nicht alleine. Ja, ich bin auch da. Ach krass, hier schlafen noch welche. Und saufen, tun sie auch noch. Hätte ich jetzt so einen alten Wollsaum oder sowas, also Baumwolle, dann könnte ich die Neonröhre damit zum Leuchten bringen. Das ist mit Abstand das längste Video, was ich bisher mit meinem Handy gemacht habe. Glückwunsch, Schiko. Fertig, es kommen gleich. Krass, der Sound. Hast du auch gemacht? Ja, ja. Da. Alter Schwede. Der Junge ist gerade so viel. Witt oder wie? Ey, steht gleich in den Augen. Alter, Hammer, das Ding hier, echt. Krass. Hä? Soll ich weiterlaufen? Guck mal, es kommt auch auf. Ach, krass, ein Bad... Ne, was ist das denn? Ist das... Das ist doch keine Badewanne, Alter. Oh, toll, das ist so ein Sitz. Das ist eine Quadewanne für Lady Putzana. Seifst du mir den Rücken ein? Was ist denn? Was ist denn? Keine Badewanne? Keine Badewanne. Keine Badewanne. Keine Badewanne. Oh, mein Gott. Mann, ich so krach. Das hat so ein bisschen was von Residential. Oh, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Das würde ich filmen, das würde ich filmen. Hammer. Mal. Wann, wenigstens ein nagelneues Fenster hier. Was aber auch schon lange nicht mehr geöffnet wurde. Aber jetzt film mal vor. Das war auf schweres Atmen gerade, oder? Alter Schwede. Das war wieder ein Autogramm. Ach, hier, da ist der. Ach, krass, da ist noch eins. Hier saß aber auch schon lange keine mehr drauf. Oh, das ist so dunkel. Aber wenigstens eine... Oh, hier, guck mal her. Leuchte mal. Warte. Was ist denn? Ach so, ja. Ja, ja. Leuchte mal hier runter. Sonst nimmt das Schwarzlicht. Guck mal her. So. So. Warte, sonst leuchtet. Oh, guck dir mal den Boden an. Boah, halt. Scheiße, das siehst du gar nicht. Siehst du das bei dir? Ja, da nimmt man was besser. Oh, hier, guck mal da. Dring. Warte, das ist zu lang, wie es findet. Echt? Ach, der sagt dir sogar dann wann. Krass, guck mal runter. Siehst du das? Boah. Dann müssen wir gleich näher wandern oder so. Dann sieht man es besser. So, du siehst das gar nicht. Hä? Ist man hier? Ja. Ja, danke. Ich fühl mich so süßer. Echt? Ja. Ja, hier ist nichts mehr. 23 Minuten filme ich gerade. Und das Geile ist, es ist ja noch ein Gebäude, oder? Ja. Gehen wir hier lang. Dann müssen wir eigentlich wieder nach unten kommen. Hier in der alte Dusche. Komm her. Warte, warte. Das ist ja noch mal rein. Das gehört. Das ist eigentlich dieser Auto. Ja, ja. Das ist ja. 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 Hier ist noch ein größerer Raum. Oh krass. Komm her. Ja. 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 Okay, dann gehen wir jetzt. Was steht da? Snoopy? Ja. 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 Warte, warte. Liar Tempel. Ich sehe, das ist哪裡. Ist seltsam, woher kein es da ist. Warte warte, warte. Wie meine Thunder das hier. In welche Richtung nehmen wir. adapting. Was ist hier? Warte ganz kurz. Ach hier sind noch mehr Räume, wer Ah guck mal,êmes G oldes G oldes were wet. Voilà ne. Ja ne ne ne. das hat so auch so ein bisschen was von so einer psychiatrischen lange ist hinter dir noch was es wurde einfach nur abgesperrt bitte nicht reingehen ah ja kein wunder ja gut alles klar jetzt sehe ich auch warum nicht leuchte mal ein bisschen abwärts muss das ja ja hier auf der seite sowieso ich werde das auf jeden fall bei youtube hochladen hier geht es auch noch abwärts leuchte mal hier hin einfach nur reinleuchten wie tief das geht der nervenkitzel warum bin ich so abgestumpft es kriegt voll den kappen fisch hier oh meine oh gott alter hab ich mich verjagt alter schweig alle sind da oben es gibt warte hört wir gehen erst zum schrank der schrankdienst warum hat hier jemand nicht auf hier ist immer eine klingel oder was ist das ich würde sagen wir gehen erst mal nach rechts da soll ich einmal einen schritt nach oben gehen dann müsstest du hier im dunkeln stehen meine fresse ist das riesig ey nochmal anrechnen nochmal drauf auf das bett warte mal jetzt muss man dann nochmal die taschenlampe jetzt gucken wir mal nach nur ein paar links spuren ah das sind ja links links kleine vöglein ruf so warte so wolltest du wieder die taschenlampe haben oder es geht nicht es geht leider nicht was geht nicht das stimmt ja ja ok wo noch mal aus ich sehe kann das ist ja eine straße aha irgendwas am kopf ja ich weiß nicht was ich finde es schon ein bisschen kühl geworden mein gott ich kann meinen eigenen atem sehen hier geht es wieder abwärts ach guck mal ist aber stabil gebaut worden ja hier siehst du da sind noch die alten bögen und sowas oben drauf das heißt also da siehst du dass das unten auch schon einen takken älter ist ja ja ich bin so weit ja doch das geht aber ab jetzt hier ja also wenn ich da runterfall habe ich die beiden hier nicht in die räume genau hier müssen wir wieder durch das war ich hier wo das erste war das erste bett hier auch nicht stimmt das ist auch cool warte hier kann es um die ecke gehen ja hier ist auch ein klo jetzt links genau rechts wieder links jetzt machen wir jetzt schwarzlicht an und noch einmal auf den knopf drücken erstens ist es schön dunkel so genau auf die lampe bist du gerade auch getreten und wir waren noch nicht mal unten ich leuchte mal direkt auf das kreuz wir müssen da wieder durch ach ja das brett war ja noch da ich wollte jetzt gerade voll drüber latschen ja da ist die flasche flasche und da ist das eigene noch ja die autos fahren zum glück nur dran vorbei das ist dieser eine raum das ist da vorne das ja sein von wegen wo es hier eingekracht ist ja wahrscheinlich schon wieder abblättert alle schwarz haben wir jens hier an den links ja was haben wir hier noch hier guck mal wie groß das ist ach man du warst das auch gerade hier schwarzen anu leiter hier noch da ist dieses da oben waren wir doch gerade oder ja ich sehe es gerade also da war das da hinten unter der kirche nicht ganz so krass aber das ding ist interessant ach das auch ja jetzt auch überall noch weitere ich glaube was die Flügel war. Ah, das war die nächste. Einfach Spiegel. So, fast heftig. So, jetzt bin ich auf den Vergleich ziehen, hier kommt das noch ein kleines Gebäude dran. Kannst du noch ein bisschen rausnehmen? Ja. Ich hoffe, dass man uns dann auch da noch sieht. Ja, es war auf jeden Fall ein richtig tolles Erlebnis gewesen. So, und dann schauen wir uns das als nächstes an. Ich würde sagen, in Dolly die Psychiatrie. Nein, nicht mehr heute, oder? Ja, heute vorher. Ich habe mich schon ein bisschen ausgeschöpft, ey. So, echt. Ich kann zwei neue Haufen, oder? Jo. Warte. So. Das siehste kaum. Aber egal. Oh ja, wir durchsich haben. Das ist gut. So, wunderbar. Ja. Echt hab ich...